Nach dem Sieg in Kosice waren wir natürlich sehr glücklich alle und haben uns gleich auf das nächste Spiel in Klagenfurt gefreut. Die Reise war super, hat viel Spaß gemacht mit den Jungs, der Flug war auch klasse. Das Hotel in Villach war unglaublich, mit der Sauna und der Thermie dahinter sind viele hingegangen und haben relaxt und waren auch bereit, am Sonntag wieder in Klagenfurt zu spielen. Ich teile mein Zimmer mit dem Janik Seidenberg, auch schon letztes Jahr und wir kennen uns auch schon aus Mannheim und sind eigentlich sehr eng miteinander. Janik ist ja der Ältere und der darf dann auch als erstes ins Bad und auch aus dem Grund, weil er immer ein bisschen länger braucht wie ich. Er sagt das, was er denkt, was dann auch oft sehr lustig ist, wenn er vielleicht gerade mal einen kleinen jungen Spieler rasiert, weil der wieder irgendwas gemacht hat, obwohl jetzt vielleicht ein anderer nichts gesagt hätte. Er ist aber auf der anderen Seite natürlich auch wieder ein ganz lebenswerter Mensch, wenn man das sieht, wie er mit seinen Kindern skypt und auch auf dem Eis ist er ein sehr guter Spieler. Er liest das Spiel wahnsinnig gut und ist natürlich sehr, sehr wichtig für unser Team. Meine Defense ist wirklich stark. Was ich zu schätzen weiß, ist, dass viele Schüsse geblockt werden, viele Schläger im Weg sind und das ist wirklich wichtig. Gut aufgeräumt wird vor dem Tor. Denny ist ein ganz schwieriger Typ. Auf dem Eis wie auch neben dem Eis. Ich kenne Denny schon aus der Nationalmannschaft und sind da eigentlich auch schon eingespielt. Er ist ein sehr, sehr guter Vorwart und strahlt sehr viel Ruhe aus. Vor dem Spiel oder im Spiel reden wir miteinander. Kommunikation klappt wirklich sehr gut und es macht Spaß. Man muss ja immer weiter an sich arbeiten. Man will jeden Tag besser werden. Deswegen kommt man auch in die Halle und trainiert einfach jeden Tag so weit wie es geht. So after the point shots are established and we decide we're going to go to low play. You know, when you look at the young players that we have, they want nothing more than to get better. And as a coach, that's the foundation of all we can ask for. Our job is to help them get better and it's a really rewarding thing as a coach to see the players have success. Also, ich muss sagen, wir sind langsam ins Spiel gekommen. Ein bisschen geschlafen am Anfang. Klagenfurt war sofort da. Sie waren am Anfang sicher die beste Mannschaft. Dann haben wir uns ein bisschen zusammengerissen und sind rausgekommen. Und sie kreieren Chaos in der Defensive Zone für Klagenfurt. Und Boyle scorent. Also am Anfang war es schwer, aber ich muss sagen, wir haben uns dann super zurückgekommen. Ich habe dann auch in der Mitte gesehen, dass der Kasti eins gegen eins läuft. Und bin dann schnell durch die Mitte zum Tor. Und der Kasti hat einen super Move gemacht, hat sie mich dann rübergelegt. Und ich habe sie dann irgendwie noch über die Schiene vom Torwart rübergekommen. Das ist München. Straight back. Und ein Goal. Und es ist ein Massive one. Maximilian Kastner stays mit ihm. Er ist verletzt. 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 Wir sind mit ihm. Gott ist verletzt mit ihm içelt. Der Junge ist ein bist. Wo er gar니까公art vor redem ich jetzt. Es ist eine Sch Maurice des конце heavy mich führt. Und es war hinten gemacht. Er hat esRI� geletzen. Er ist wirklich etwas großartiger für wir corridor. und er ist ein großer Teil davon geworden. Ich denke, er ist wieder auf einem guten Weg und er wird sich da sicher zurückkämpfen, denn er ist ein cooler Typ und ist auch ein super Spieler auf dem Eis. Wir haben gute DoktorInnen, gute PhysioInnen und gute TrainerInnen, die ihm helfen, ihn so schnell wie er kann. Es ist ein Gefühl von Selbstlosigkeit, es ist ein Gefühl von Arbeit für etwas, das größer ist als du selbst. Es ist ein Gefühl von Sacrifice. Alles für den Team Erfolg zu tun. Ob es ein Gespräch, oder ob es ein Hockey-Team wäre, es gibt keine bessere Gefühle als ein Teil eines realen Teams. Das muss ich sehr loben dieses Jahr. Jeder kämpft für den anderen und das ist wirklich gut. Als ich jung war, war ich immer bei Profispielen in Tschechien und dann auch in Deutschland, war ich auch immer in der Kurve und habe mir die Profis angeguckt. In Klagenfurt gab es die Situation, da sind wir sieben Spieler nach dem Spiel rausgegangen und haben noch mit den Fans ein bisschen gefeiert. Dann wollten wir wieder vom Eis und dann haben sie wieder meinen Namen gerufen, aber ich wusste nicht genau, was ich machen soll. Da hat der Frankie Mauer die Tür zugesperrt und dann musste ich sozusagen drauf bleiben und saß dann alleine auf dem Eis. Aber wie gesagt, man fühlt sich geehrt, wenn die ganze Fan-Kurve deinen Arm schreit. Und ja, großartig. greenAS-Kurve